Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Titanfall. Wir spielen mal wieder Materialschlacht der Mörser und der Kapuzenwurm. Watashi war Kapuzenwurm. Ah. Guten Abend. Hojo, hojo. Hojo, hojo. Das ist auch japanisch. Was heißt das? Ähm. Aua, aua. Ein Haifisch, ein Haifisch. Aua, aua. Hojo, aujo. Genau. So, was nehm ich denn? Ich bin schon drin, ich bin schon drin. Ich nehm mal die Pumpe. Boah, schön wie schnell das ging. Wieso kann ich keine Burnkarten nehmen? Kein Problem. So, Mörser, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, Mörser. Mörser, ich muss dir doch das Spiel erklären. Oh, Ted, bleib durch. Hau ab, ich muss rennen. Erklär dir das Spiel jetzt. Geht los hier, es geht los. Es geht los, okay. Es geht los, okay. Ach, da oben, da oben, da oben. Lauf sie, da oben, lauf sie. Zwei Stück. Scheiße. Oh, und auf der Brücke auch noch einer über euch. Ja, ich hab's gesehen, von rechts hatte ich von rechts gekillt. Alle mit der Smuggah, ne? Helf'n. Ist die so gut? Komm, lass uns mal ehrlich. Triff doch, ich sterb doch schon wieder. Ja, voll, den einen da oben hab ich gekriegt. Die Smartgun, so gut. Die ist schon sehr nice. Aber die hat doch nur was von Nahkampf, wisst ihr doch nur, oder? Ne, die ist auch für, also so Midrange. Echt? Boah, Splittergranate von irgendeinem da so, Mavi beendert. Das hasse ich, ne? Wenn irgendeiner so, wie ich immer, wild Granaten wirft und dann noch einen trifft. Und ich hab keinen Erfolg davor auch genommen. Eben. Gibt's nicht. Guck, bitte. Aber ich muss echt sagen, wenn du bei der Pumpe Bleiwand nimmst, ne? Dann ist das richtig nice, ey. Dann triffst du richtig gut mit der Pumpe noch. Ist das gut, ja? Finde ich. Also macht die zwar nicht ganz so viel Schaden. Oh. Ach, da war noch einer mit dem Titan. Ich hab noch keinen. Habt ihr schon wem gekillt eigentlich? Ich hab schon vier Kills. Ich hab glaube noch keinen. Ich hab auch noch keinen. Einen Assists. Oh, erinnere ich jetzt. Ich hab grad Pumpen-Action gehabt und die standen da alle so schön nacheinander. So durchlaufen. Nicht gesehen, ne? Der mich getötet hat. Ganz mies. Der hat das Tick. Der hat das Tick. Oh, der hat das Tick. Hi, Kapuzenwurm. Töt ihn. Ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr gut. Hier ist noch einer. Der hängt an der Decke da oben. Hast du gekriegt? Nee, nee. Fuck. Wo ist er? Jetzt hab ich einen Chat offen. Ach komm, jetzt hab ich den Chat offen. So ne Scheißsituation jetzt ehrlich. Ist doch die Höhe. Aua Wer ist das hier? Ach mein Auto Titan ist das, der mich da so bedrängt Raus ist Titan, raus ist Titan Wo ist denn hier einer? Hier war doch gerade einer Ich hab doch hier gerade einen Oh oh Schnell weg hier Und meine super Elektro Gun Ich find die so geil gegen Titans Die Elektro Gun? Ja Welche? Die Titan Abwehrwaffe Ist diese Railgun? Ne, das ist die Titan Waffe, die Railgun Ach, da waren zwei Leute Ich hab gedacht, da wäre noch einer Ne, ne, wichtig Ja, die macht echt dick Schaden Die muss halt nur aufladen Es dauert so ein bisschen Am Ende löst die automatisch aus Oh, mein Titan ist Kopf hoch Ich hab doch nicht so viel Waffen leider probiert Weil ich immer durch die Standorte gehe Und denke so, okay, passt schon Ist schon gut Ja, genau Mit der Kettenkanone Er trifft mich einen Schuss Ich geh hinter die Wand Danach sterbe ich trotzdem Ist doch kacke, ey Boom, den kriegt er erstmal ab Den auch noch So, und jetzt hau ich ab hier Jetzt mach ich da durch Erstmal raus aus dem Scheiß hier Ich springe Die ganze Zeit von Titan zu Titan Ich bin viel zu riskant Ich bin die ganze Zeit im Gebäude Ich flieg hier draußen so rum gerade Aber hier draußen geht auch nicht besonders viel Irgendwie Also Es sind gerade viele Titans hier Hier oben am Dach ist einer Ah, den bist du auch killt Oh, Piloten assist habe ich nur gekriegt So bitches, it's time to die Ah, ich wollte doch da hoch Wieso komme ich denn da nicht hoch von dem sich Aua, hier ist einer über mir Und dann kommt er so ins Bild gefallen, auch lustig Oh, das war meiner Nimm mir die denn weg hier Ihr Penner Oh shit, mehrere Titans greifen an Ich kann's schon nicht mehr hören Erstmal in Specs schon mit der Elektro-Gun Oh, schade Nicht getroffen Ah, der ist ganz gut hier, dieser Wujan Wujson 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 Die dritten Zähne müssen auch noch Platz weg Ey, der Titan steht jetzt in Hamburg Also dem, was haben sie von Berlin nach Hamburg jetzt getragen Er ist gelaufen Oh, Haarbringer, hau mal Der steht da oben auf dem Catwalk draußen An diesem halbrunden Gebäude, ey Gammler Mein, dann ist da natürlich noch einer Wenn ich hier den blöden Spectre töte Dann stelle ich einen Noob, ey Ja, hart hier, hartes Match Naja, die führen hart Ja stimmt, die sind wirklich vor uns Das ist inakzeptabel, meines Ja, finde ich auch, aber Machste nix, ne? Zurück, Evakuierung, Evakuierung Nix Er ist ein Sniper, ein Brechersatz genick Obwohl, ne, ich schieße auf ihn Ich hab gedacht, der hat mich gesehen Oh shit, die Evakuierung ist da hinten Äh Ja, da müssen wir stehen Seid ihr schon am Weg, seid ihr schon am Weg? Ich bin schon am Weg jetzt, ja Okay Ich auch Shit Oh, das ist immer diese Adrenalin Schaffe ich es oder nicht Ist schon da das Schiff? Ne In 3, 2, 1 Ja, ich seh's grad Oh shit, das war ein Pistel, ey Ist schon da, ist schon da Ich hab's nicht reingeschafft, reinzuspringen Lol, ey Och man Oh lol, ich schaff's auch nicht rein Ach komm jetzt, was soll denn der Scheiß? Guck mal, Kapuzo und trotzdem 6 Kills Erster Ich bin der Erste? Ja Ich bin der Erste Was? Was? Ich hab gar keinen Kill Oh, ey Ich hab da eine Kommitier ich jetzt mal nicht Ne, also Oh geil Titan Kills 2, wow Aber das ist mir ein bisschen im Arsch Geht der Schleudersitz auch, wenn der Titan nicht kaputt ist? Ne, da musst du er eh halten Achso, da geht der Schleudersitz Ne, dann steigt der aus, normal Achso, weil das ist dumm Weil ich hab versucht jetzt vom Titan in das Raumschiff zu springen, weißt du? Achso, lol Ich denk mir so, euer Komm jetzt So voll reingeschossen von unten Ich will jetzt hier raus Das geht leider nicht Geh ich so durch den Boden Ja, guck mal, der Wuschson, der ist schon G55, ey Okay, ich nehm jetzt deine Waffe, was du gesagt hast Also, äh Titan Abwehr Elektrowehr Das hab ich noch nicht, scheiße Aha Ey, du Penner Ich brauch 33, 33 Ich brauch noch ein paar Punkte, ey Ich muss Ich will jetzt mal hier G2 sein Ich will wieder ein paar Burning Cards haben Ich bin langsam wenig bei mir Ja, also ich bin voll und kann die im Moment immer nicht nehmen Ich bin auch voll Der Stapel ist voll, du musst deine bestehenden Burning Cards verwerten Inter kriegst du keine mehr, also nicht mehr so viele Aber die werden automatisch eingesetzt, oder? Ne Wie muss ich die, wie setz ich die ein? Du musst die Burning Cards reinlegen und formen Und wenn du ins Spiel reinlädst Also wenn du gerade drin bist, B drücken Dann kannst du die auswählen Manchmal klappt das aber nicht Ich weiß nicht warum Ich hab das nur die gemacht Boah Oh, geht nicht Ist schlecht Wieso kann ich hier nicht labern? Ich glaube, mein Titanfall ist abgekackt, glaube ich Ah, nee, doch nicht Nee Ja, wir nerven uns immer ein bisschen den Voice rum Nimmst du das alles noch auf? Ja, ich bin noch in der Aufnahme quasi Bist du noch online? Ja So, ja, das ist ja eine meiner absoluten Lieblingsmaps, muss ich ja sagen Mag ich gar nicht Ja, ich mag die auch nicht so Die ist nicht so toll irgendwie Ich find die super Nee, die mag ich nicht Also ich find die super Ich find das super Das ist eine klasse Sache Das ist eine klasse Map Merk mir das Ich merke mir das Ja Das bleibt stehen Aber ich hab ja den Eisenschädel, ne? Du haust mich einmal Ich nimm den einfach so Und dann Gnade dir Gott Der bleibt stehen Da oben ist einer Hast du den getroffen? Nee Fuck you, bitch Oh shit, Leute Hört's auf damit Oh, ich hab einen gekillt Ich benutze gerade mal die Smart Pistole So ist schön lame Ist die immer noch OP? Geht Also die KI ist etwas sehr dumm Das ist auch die sogenannte Popcorn-KI, ne? Ja, die ist echt so Die EA-Popcorn-KI Oh, von da hinten war noch einer, ey Aber ich nehm jetzt auch keine Smart Pistole mehr Ich komm jetzt mit Pumpen-Burning-Card wieder Boah Wie viele Kills hab ich schon? Ich bin erster Fünf Ich hab fünf Kills schon Echt fünf? Ja Krass Nein Das ist Titan Fall Day Kommen ich hier nicht von hinten rein? Der kommt immer von hinten rein Also bei mir klappt das immer Oh Leute, ich hab ihm noch einen Kopfschluss aus der Hüfte gegeben, ey Oh, noch einen gekillt? Ja, ich bin jetzt hinter dir kaputt zu wollen Ich hab schon fünf Kills Scheiße, ja gut Ich hab grad irgendwie nichts gekillt in den letzten fünf Sekunden Ja, das ist aber doch Das ist schon viel, ne? Ja Weißt du? Ich bin genau drauf mit dem Revolver Und trotzdem trifft er nicht Das find ich irgendwie ein bisschen Weiß ich nicht Das ist blöd Ich dachte, du hast die Smart Pistol Ja, ich hab gerade Schröte gehabt Ich wechsle ja öfter mal Okay, jetzt hab ich mit der Smart Pistol wieder eingekillt Richtig schön lame, ne? Lame ist geil Ja, ist easy Wenn du immer nur mit der Smart Pistol spielst, kannst du immer GG Easy schreiben In den Gewinnst Ah, du bist das Ja, musst du durchkriechen Ich wusste gar nicht, dass es so eine Stelle gibt Achso, da kann man crouchen mit dem auch, okay? Lol, von hinten kommt noch einer Noch ein Titan Ach nee, ich will aber einen anderen Piloten, lol Ich will die Pumpe Gib mir die Pumpe So, voll in die So, gucken wir doch mal hier Wo ist denn hier, was ein gegnerischer Titan? Ach, da unten Titanfall eingeleitet Was bei Titan landet hier? Bei Titan ist auf der Brücke gelandet, what? Der Brot, oder? Fuck, ey, mein eigener Nukleerausstieg hat mich getötet Boah, raus hier Boah, das war knapp Also Mars hat mich überholt Lol, und dann werde ich von hinten exekutiert, ey Ich wollte gerade mit dem Elektrogewehr einen töten Wo ist er denn hin? Ich habe meine Revanche Burn Card genommen Wo sind die denn? Ich glaube, die verstecken sich Ja, meinst du, die campen irgendwo? Hm, hier ist niemand So, ich schnapp mir jetzt erstmal den Titan, den gegnerischen Oh, das ist klar So, wo ist er? Da ist der gegnerische Titan Jawoll, getroffen Nice Mann Keine Muni mehr Ja, ich habe einen Titan mit der Elektro-Gun getötet Nice Was ist denn hier einer? Du hast da gerade einen gesehen, ey Mensch, gibt's doch nicht Ach, waren alles nur Milizsoldaten, ey Kann man eigentlich den freundlichen Titan auch abschießen? Nee Machst du keinen Schaden Jawoll, die habe ich doch gekriegt hier Den Gumbler Ach, gut Mein Titan hat mich gerettet Ich glaube, ich bleibe in meinem Titan hier drin jetzt Passiert dem nicht so viel, meinem Titan Ich will nicht, dass der kaputt geht, ne Dass der leidet und so Habt ihr übrigens auch jedes Mal bei einem aktuellen YouTube-Video die Nervige Titan voll Werbung? Nee Oh Gott, die ist überall, die verfolgt mich Auf Twitch hast du die ununterbrochenen Minutentakt Boah Ich hätte, glaube ich, mal gezählt, am Tag hatte ich die, glaube ich, 40 Mal Ungelogen, das ist nicht übertrieben Boah, scheißlich Twitch, das ist Wahnsinn Ich bin weg Wo sind denn hier die Gegner? Hier war noch einer, war der Sind die Bastarde Boah Ich glaube, ich weiß, wo einer ist Ich bin weg Mit er zu Hause Oh, wir führen Ja, wir führen auch Geht so, wir spielen Wie, wir spielen Wir, wir spielen Wir wollen Bin ich genau in einen reingelaufen Wie... Sieg, 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 sieg Oh, wir haben gesiegt Zum Schusspunkt, zum Schusspunkt Zum Schiff, meint er Ja Schnell da hin Sonst kommen die weg Ist sie schon da? Nee. Aber da ist schon einer von denen. Ja, ich weiß. David, ich sehe nichts mehr. Ich hab ihn gekillt. Echt? Danke. Noch einen gekillt. Noch einen gekillt. Sehr gut, sehr gut. Raumschiff ist da, Raumschiff ist da. Bringt die Scheiße runter. Ich hab ihn. Ja, das Schiff ist auch kaputt. Team-Bonus, alle Kampfteilnehmer ausgeschaltet. Echt? Yeah. Yes, Bitch. Yes. Oh, lol. Ah, ich hab den Mercy überholt, aber du hast mich überholt. Ja. Das find ich schrecklich. Aber ich hab's nicht geschafft, den V4-Z4 noch zu kriegen. Das find ich ja jetzt ein bisschen schade. Ja, der musste ein paar Titans killen, leider. Mal gucken, was das nächste Spiel so bringt.